Hallo, ich bin Alice. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Freitexterin und Redakteurin, arbeite zurzeit selbstständig für verschiedene Kunden. Nehmen Sie Platz, bitte. Warum haben Sie sich denn nun gerade bei uns beworben? Naja, das war ja eine sehr charmante Annonce und da fühlte ich mich angesprochen und dachte, die suchen genau mein Profil. Ja, sorry, da bin ich wieder. Hallo? Wir werden vor dem Sommer leider keine Bewerber mehr einladen. Sie sollten sich ernsthaft überlegen, ob sie nicht mit einer Umschulung beginnen. Umschulung? Was sind meine Kompetenzen? Was bieten Sie an, was andere nicht haben? Was könnten wir tun, um den Personalchef oder den Geschäftsführer zu überzeugen? Es geht nur um das Sparbuch von Oma, das sie für mich angelegt hatte. Ich hätte da jetzt gerne Zugriff drauf. Wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft. Das war immer der große Traum von Papa. Jetzt bin ich wieder schuld. Bist du Musiker? Ja, ich spiele in der Oma. Und, kannst du davon leben. Ich habe gerade nicht genug Geld dabei, dann lasse ich die da. Okay, dann mach mir einen Stornung. Mama, was ist eine Stornung? Wenn jemand nicht genug Geld dabei hat, dann muss er etwas da lassen. Ich habe hier Benzingutscheine. Über 40 Euro oder über 20 Euro auch. Ey, wenn der Automatikarte nicht annimmt, dann ist wahrscheinlich Ihr Konto gesperrt. Ja, das weiß ich auch. Ich mach das so lange, bis was passiert. Verstanden? Ey, ist ja gut, mein Gott. Und es wird jetzt auch gleich was passieren. Mama, meine Kekse! Die Kekse! Die Kekse! Die Kekse! Untertitelung des ZDF, 2020